Die 23-jährige Dominique ist stark überwichtig. Das ist Ferdinand und ihr hattet auch mal ein paar Elke. Das könnte doch vielleicht die Grube sein, oder Nini? Es hat ja gedauert. Mama, bist du bescheuert, so viel zu holen? Ich kann mich echt alleine losschicken, muss ich alles alleine machen. Mama, das ist von der Essensschwende. Erst wollten sie mir nichts geben und dann habe ich so lange geweckt, bis sie mir was eingepackt haben. Es ist alles Supermarkt zuerst. Guck mal hier, das ist rot, noch frisch. Bananen sind ein bisschen angedetscht, aber okay. Und Mama, was ist das? Das ist ein fröhliches Zwiebel für Suppe. Für Suppe, ja. Joghurt ist auch drin, noch halbbar. Aber Zigaretten sind leider keine drin. Vom Rauchen wären wir auch nicht satt, dann muss ich halt mal verzichten. Entschwung, Mama Großer. Das hast du echt gut gemacht. Guck mal. Ich bin ganz stolz an dich. Ich bin ganz stolz an dich. Ich bin ganz stolz an dich. mày gjestnen. Vielen Dank.